Und wir wollen an dieser Stelle noch auf ein innenpolitisches Thema schauen. Olaf Scholz, Friedrich Merz, Alexander Dobrindt, alle heute an einem Tisch, um über die Migrationspolitik zu reden. Der Kanzler hat die Opposition schon vor Wochen auf der Suche nach dem richtigen Weg mit eingebunden. Jetzt erwarten vor allem die Länder Ergebnisse und Lösungen vor dem Bund-Länder-Treffen am nächsten Montag. Darüber will ich sprechen mit Gordon Repinski, Hauptstadtjournalist von The Pioneer. Guten Tag, Herr Repinski. Grüß Sie, hallo. Herr Repinski, dieses Treffen heute, was erwarten Sie davon? Das läuft ja schon einige Zeit auch. Ja, also es ist die ganz große Frage, ob Scholz mit seinem Vorstoß erfolgreich ist, Merz in eine ganz große Koalition der Migrationspolitik einzubinden. Oder ob es ihm nicht gelingt und sich Merz am Ende entscheidet, dass er das Thema für seine Oppositionsarbeit nutzen will. Merz hat immer wieder auch gefordert, dass er mit eingebunden wird. Deswegen kann er dieses Angebot Scholz nicht so leicht aus der Hand schlagen. Aber es gibt eben ganz viele Stimmen und wahrscheinlich auch eine innere Stimme in Friedrich Merz, die sagt, ich kann mich nicht mitverantwortlich machen dafür, wenn am Ende die Zahlen doch nicht runtergehen. Lassen Sie uns diese beiden Perspektiven noch mal ein bisschen genauer angucken. Vielleicht zuerst die Perspektive von Friedrich Merz. Halten Sie es für schlau aus Sicht des Oppositionsführers, da zu kooperieren, gemeinsame Sache zu machen mit dem Kanzler? Dafür spricht, dass er schon mal Staatsmann üben kann. Er hat ja nie regiert, er möchte Kanzler werden. Und da kann er sich mal beweisen, da kann er sagen, dass er mehr ist als nur verunglückte Rhetorik, sondern dass er eben auch Entscheidungen mittragen kann, Kompromisse schließen kann. Das wusste man ja bisher noch nicht bei Merz oder man war sich nicht so ganz sicher. Dagegen spricht, wie gesagt, dass er mitverantwortlich ist dann für Regierungspolitik, die nicht funktioniert. Alle gucken gemeinsam auf die Europawahl im kommenden Jahr. Für Friedrich Merz eine ganz entscheidende Wahl, denn wenn die Stimmung im Land sehr aggressiv ist, was natürlich sein kann, wenn man diese Debatte weiter in der politischen Mitte hält, dann kann das eben auch bedeuten, dass er gar nicht der Gewinner dieser wichtigen Wahl sein wird, sondern womöglich die AfD. Und das kann dann für ihn auch gefährlich werden. Ja, und andersrum kann es natürlich sein, dass er die Regierungspolitik stützt. Also es ist ein kritischer Kurs. Ich würde vermuten, am Ende entscheidet er sich für den Mittelweg. Man trägt es irgendwie mit und sagt, naja, aber wir hätten eigentlich noch mehr gemacht. Schwierig also für Friedrich Merz. Gucken wir auf den anderen, auf Olaf Scholz, der die Opposition in diesem Fall enger einbinden möchte. Schlaue Idee? Ja, er hat keine andere Wahl. Es geht mit der Ampel in den Zustimmungswerten ja steil bergab. Und das Thema Migration wird als das größte Problem oder die größte Herausforderung von der Bevölkerung gesehen. Er muss es lösen. Das kann er nur, indem er die Debatte ein bisschen flacher hält, ein bisschen versachlicht. Also aus den sozusagen Kernzeiten und aus der großen Anspannung und Emotionalität ein bisschen rauszieht. Insofern hat er da gar keine andere Wahl, als das zu machen. Und für ihn selbst bedeutet es, die illegale Migration zu senken, das in den Griff zu bekommen. Diese Frage, die entscheidet bei Olaf Scholz darüber, ob er eine Chance hat, wiedergewählt zu werden oder nicht. Lassen Sie uns abschließend noch über die Instrumente sprechen, die da auf dem Tisch liegen, die da Verhandlungsmasse sind heute sozusagen. Länder und Kommunen, habe ich schon gesagt, die machen massiv Druck. Am Montag dann das Treffen. Die Regierung muss liefern. Was wird sie liefern? Naja, sie hat ein 15-seitiges Papier vorgelegt. Da stehen viele Punkte drin, die man machen will. Also zum Beispiel bessere Grenzkontrollen, bessere Arbeitsaufnahmemöglichkeiten, Sachleistungen statt Finanzleistungen, solche Punkte. Da wird man sich wahrscheinlich einigen. Da gibt es ein paar eckige Klammern. Aber wenn man sich das Papier anschaut, hier ist es, dann ist genau ein Punkt nämlich nicht gelöst, nämlich die Frage der Finanzierung. Also zahlt der Bund oder zahlen Länder und Kommunen. Da sind beide sehr verhakelt und in diesem Papier steht, darüber wird am Montag gestritten. Das wird super kontrovers. Es wird wahnsinnig lange dauern. Am Ende wird es einen Kompromiss geben müssen, in dem der Bund ein bisschen mehr gibt als das, was er eigentlich machen will. Und die Länder viel weniger bekommen, aber doch immerhin etwas. Diese Kontroverse werden wir natürlich abbilden, auch wieder bei Phoenix und schauen, was für ein Kompromiss am Ende dabei rausgekommen ist. Herr Repinski, vielen Dank für diese Einordnung, für diese frischen Informationen aus dem Kanzleramt. Danke Ihnen.